Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brummis Imbiss im Hafen, sollten Sie alle kennen. Ich habe das von meiner Schwiegermutter übernommen, die 30 Jahre hier im Hafen tätig war. Sie war klein, drahtig und sehr, sehr nett zu den Kunden. Ich hoffe, ich bin auch nett. Die Currywurst Spezial ist mein eigenes Rezept. Es wird aufgeschnitten, frische Zwiebeln reingelegt, Mayonnaise, Ketchup obendrauf und das Gewürz. Die schmeckt auch jedem. Die Mischung von dem Currypulver habe ich von meiner Schwiegermutter übernommen und schmeckt also fast jedem. Es wird keinem verraten, wie das zusammengestellt ist. Meine Kunden kommen mir von allen Seiten, also mit Schlips, ohne Schlips, Arbeiter. Wir reden uns fast alle mit Du an, die man gut kennt. Fast alle Stammkunden, Mundpropaganda, Reklamen wollen nicht viel machen. Es wird von Mund zu Mund weitergegeben.